Ich habe es gesagt, wenn das auch noch in den Wieterzimmern stattfindet und nie nicht mal das europäische Parlament eingezogen ist, dann können wir das nicht akzeptieren. Unser grüner Anspruch ist es, dass die Entscheidung über die Zukunft in Europa demokratisch erfolgt. Und dass die Entscheidung nicht allein dem Interesse weniger dient. Für uns gehörte ein demokratisches Europa auch ein soziales Europa und deswegen setzen wir grünen uns für die soziale Fortschrittsplausel im EU-Primärrecht ein. Sie muss einen besseren Bereich der sozialen Grundrechte gegenüber den Grundfreien des Marktes darstellen. Wir Grüne wollen auch die Spielregeln der Wirtschafts- und Währungspolitik ändern. Eine europäische Wirtschaftsregierung muss neben den strengen, gescheitigen Vorgaben, vergeblicheren und ambitionierten, beziehungsweise sogar wieder Kämpfung von Armut erreichen. Zum Schluss möchte ich euch vor allem ein Logo veraufmerksam machen. Seit diesem WK haben sich die Europapolitikerinnen und die Sozialpolitikerinnen gemeinsam geeinigt. Ihr seht davon überzeugt, dass es gemeinsame europäische soziale Mietestandards bedarf. Dafür, das ist mein letzter Satz, dafür stellen wir den Kollegen unserer Kraft immer noch mal zur Verfügung. Damit können wir das Vertrauen der Menschen in Europa wiedergewinnen. Und deswegen bitte ich euch um die Unterstützung des Buchungsantrags und das alles eingearbeitet. Vielen Dank.